BegaFam presents die echt kleine große Hyundai i20 Rallye Jetzt mit der Applaus mal ganz kurz über der Preis und Preis Herzlich Willkommen bei der großen Hyundai i20 Rallye Heute unsere fünf Kandidaten, die sind dabei Einmal die Doris, ich komme aus Neuwied und ich brauche das Auto, weil ich keins habe und ich habe mich total verliebt Aber nicht in den Jens, sondern ins Auto Weiter geht's, wir müssen durch den Platz warten Weiter geht's mit den nächsten Kandidaten Hallo, ich bin der Roman, 26 aus Köln und ich will das Auto gewinnen, weil mein Mercedes-Baujahr 91 ist und fast auseinanderzieht Super, ja auch einen Applaus für den Roman, dann geht's weiter mit der Bianca, ich bin 27, komme aus Weinheim und möchte das Auto gewinnen, weil ich es nicht brauche, aber meine Eltern, die bräuchten ein neues Auto Meine Mama hat bald Geburtstag und das wäre ein super Geburtstagsgeschenk Deine Mama möchte ich auch sagen, wir sind zum Geburtstagsgeschenk Da geht's weiter, unser nächster Kandidat Wir können ruhig weiter und müssen einen Applaus machen Weil ich ein neues brauche, weil mein Auto ziemlich viele Kilometer hat und wer weiß wie lange es noch macht Ja, super Ja, super Ja, kaputt schon Kaputt schon Und unser nächster Kandidat Der letzte, aber nicht das letzte Ja, ich bin der Olli Ich bin aus Mainz von 28 und mache hier natürlich auch sehr gerne mit und wir brauchen ein Auto, aber ich habe auch gar nicht Super, einen Applaus an unsere Kandidaten Ja! 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 Noelle Ja! Ja! Ja!